Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wartet auf euch ein kleiner Vlog. Ich heiße Nathalie, aber es geht heute nicht um mich. Es geht heute um meine Mops, um meine Coco. Sie hat ein Paket bekommen. Mami darf arbeiten, Coco wird genießen. Darf ich vorstellen, hier ist meine Coco. Ey, meine Monsterchen. So, Show, jetzt fängt an. Hier ist Paket, was meine Coco bekommen hat. Dieser Paket steht bei uns schon seit einer Woche und natürlich viele Sachen haben wir schon getestet. Also ihr werdet sehen, ob Coco begeistert war. Natürlich, wir zeigen euch alle. Also für die Leute, die besitzen Hunde, übrigens hier gibt es etwas auch für Katze. Ich wollte euch natürlich alles zeigen. Das Video wird bestimmt für euch sehr interessant. Ja, also Monsterchen. Meine Monsterchen. Wir haben eine liebe Karte bekommen von Felix. Dankeschön, lieber Felix. Für so eine, so ein super Paket. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Es ist so viele Sachen drin, hast du für uns eingepackt. Und für diese liebesvolle Karte, heute ist Freutag Smoothie Dog. Und ja, vielen Dank für diese liebe Worte. Auf jeden Fall unter meinem Video im Infobox. Ich lasse für euch Internetseite von Smoothie Dog. Ihr könnt alle Produkte einschauen, weil das, was ich heute zeige euch, es ist nicht alles. Ihr könnt auch meinen Rabattcode Nathalie10 mit 10% auch unter meinem Video finden, in dieser Infobox. Also alles, ich lasse für euch unter meinem Video. Nicht vergessen, vorbeischauen. Und die Produkte sind absolut nicht teuer. Ehrlich gesagt, für diese Qualität. Ich habe andere Preise erwartet und ich war wirklich sehr positiv überrascht. Gute Hür-Qualität und genau das, was passt für jeden Hund. Auch besonders für die Hunde, die haben empfindliche Magen. Ich denke, ihr werdet wirklich sehr glücklich. Besonders, wenn ihr seht, dass eure Tiere sind gesund, dass eure Lieblings sind gesund und glücklich auch. Ja, was macht Mami glücklich? Natürlich gesunde Kinder. Smoothie Dog, es ist eine tolle Firma, die haben so tolle Produkte für Hunde. Besonders diese Smoothies. Das ist wirklich etwas Tolles für Abwechslung. Das sind wie Suppe, also für mich, aber volle mit gesunden Sachen. Bevor ich habe zu diesem Kooperationsvideo Ja gesagt, ich habe natürlich alle Produkte eingeschaut. Ich habe Inhaltsstoffen eingeschaut. Und ja, Mops ist eine Rasse, die empfindlich ist für einige Sachen. Zum Beispiel für Mops ist nicht so gut Huhn-Fleisch essen. Also ja, das ist ein Boxer-Mops. Haha, Boxer. Ja, 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 ja. Und ja, normalerweise alles, was mit Huhn ist sehr lecker, aber wir dürfen das nicht. Wir können allergische Reaktionen bekommen. Coco bekommt trockene Futter und sowas. Sie kennt nicht, ehrlich gesagt. Mops sind besser als Staubsauger. Und sie können essen, bis sie werden platzen. Deswegen muss man aufpassen. Und ihre Futter, ich lege immer auf die Waage. Also das wird alles richtig abgemessen, weil sie könnten alles essen. Also alles. Und besonders unsere. Sie hat immer Appetit. Gott sei Dank. Ich halte meine Kamera in der Hand, deswegen Entschuldigung, weil es ein bisschen wackelt. Also, dieses Smoothie. Wir haben schon eine Woche getestet. Wir haben verschiedene Sorte bekommen. Und ich war so begeistert. Inhaltsstoffen sind wirklich sehr, sehr gut. Hier sind sehr viele Kräuter, was sehr gut für die Hunde. Man könnte dieses Smoothie mit verschiedenem Fleisch für sich aussuchen. Was ich in meiner Hand jetzt halte, dieses Smoothie, das ist mit Rindfleisch. Superfoods mit Kräuter, 100% Natur und Zucker frei. Genau richtig. Und übrigens hier wurde keine Getreide verwenden, was richtig gut. Und wurde sehr oft Süßkartoffeln verwenden, was auch sehr gut für die Hunde. Nach der Öffnung, man könnte drei Tage im Kühlschrank behalten, weil natürlich für Coco das ist viel zu viel, 250 Milliliter in einmal. Und hier ist, ihr könnt sehen, eine Mess, wie heißt das, Skale, Linie. Also, man könnte sehen, wie viel man hat schon gegeben. Also, das ist wirklich sehr praktisch. Na gut, sie ist wirklich sehr neugierig. Meine Coco ist vier Jahre alt. Am 31. Oktober haben wir sie gekauft. Ja, vor vier Jahren. Dann haben wir auch für Coco hier mit Lamm auf Fleisch ausgesucht. Bestes Fleisch, Superfoods mit Kräuter, 100% natürlich und Zucker frei. Hier ist Lammfleisch, Zucchini, Kräuter, Kartoffeln, Chiasamen, Apfel, Spirulina, Löwenzahn, Basilikum. Also, ich bin wirklich so begeistert. Dann haben wir zum Probieren heute eine Smoothie mit Lamm. Okay. Ja, natürlich Mama ist mal getestet. Das riecht nach Suppe für Menschen. Aha, alles klar. So, wir sehen jetzt. Du darfst. Sie gefällt das. Oh mein Gott, sie gefällt das. Übrigens, jede Smoothie kostet etwa 3,30 Euro ungefähr. Also, wirklich, überhaupt nicht teuer. Und zum Abwechslung für die Hunde, es ist echt eine super Nahrung. Und dann, wir haben auch für Coco Immunborst Snake für jeden Hund ausgesucht. Und das ist auch mit besten Rindfleisch, Obstgemüse, Superfood, 100% Natur. Fleischbrühe, Rindfleisch, Kartoffeln, Rote Bete, Apfel, Himbeer, Kokossspagel, Johanniskräuter, Hagelbutter, Kurkuma. Jetzt ist schon Abendbrotzeit. Und die Kleine schon wartet. Sie weiß Bescheid. Jetzt, ich wollte probieren, was anderes sie zu geben. Immunio. Ich habe jetzt für sie ihre trockene Futter vorbereitet. Und ich würde diese Smoothie jetzt ein bisschen rein machen. Gut. Coco, kannst du bitte deine Popo aus dem Teller rausnehmen? Nein, 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 erstmal, erstmal nein. Also, ja, okay. Sie ist so sehr scharf schon. Sie wartet. Sie wartet auf meine Erlaubnis. Du darfst. Also, alles klar. Das ist das beliebteste von Coco mit dem Pferd. Also, das mag sie so sehr. Ja, und hier auch steht, das ist Hyperallergen-Schnecke für jeden Hund. Genau für die Rasse Mopse, weil die allergisch sind. Meine Coco, Gott sei Dank, nicht so allergisch. Es gibt noch ein paar andere Sorten von Smoothie. Wir haben für uns vier Sorten ausgesucht. Und ich habe für euch einen Rabatt-Code. Kannst du meine Finger in Ruhe lassen? Ei, ei, ei. So. Wir haben für euch einen Rabatt-Code bekommen. 10% mit Rabatt-Code NATALIE10. Dann bekommt ihr auf jedes Smoothie 10%. Also, ich finde, das ist toll. Und ich zeige euch noch eine Sache, was hat mir auch sehr gut gefallen. Das finde ich super tolle Sache zum Unterwegsnehmen. Das ist eine Rolle, beziehungsweise Doge-Rolle. Hier habe ich noch eine Rolle zum Unterwegs, extra mit einem... Wie heißt das? Kannst du mir helfen? Karabiner. Karabiner. Kann man dann, ja, irgendwo einschließen. Am Rucksack vielleicht. Und das wollte ich auch mitzunehmen. Also, ich habe schon verstanden, dass Coco die Suppe gefällt richtig gut. Das ist wirklich wie eine Rolle beim Deo. Ja, ich mache das ein bisschen hier rein, Suppe mitzunehmen. Den Rest packe ich natürlich im Kühlschrank. Na, muss man gefällt. Aber diese Kugel kann sich leider nicht drehen. Warte mal, das sieht man nicht so gut gerade. Ich gehe mal hier rum. Ja. Na Coco, diese Kugel aber dreht sich nicht. Leute. Sieht man nicht so richtig gut. Okay. Kannst du ein bisschen näher kommen? Ja, ist der Hund nicht drauf. Das sieht dann irgendwie komisch aus, okay? Warte. Kann man sehen? Das gefällt dir super. Man könnte mit Karabiner, man könnte ohne Karabiner das bestellen. Ihr könnt jeder Smoothie nachfüllen. Obwohl ich habe gemerkt, wenn Smoothie ein bisschen dickflüssig ist, dann dreht sich diese Kugel nicht so gut. Hey, hey, hey. Sie hat Deckel jetzt weggenommen. Deswegen, ich würde das mit Wasser ein bisschen verdünsten. Ich habe gemerkt, wenn Wasser ist drin, dann dreht sich wirklich sehr gut. Man könnte auch natürlich ein Wasser da nachfüllen. Und das ist super für die Hunde. Sie können wirklich unterwegs ganz schnell trinken. Das geht dann mit dieser Rolle super schnell. Also wirklich tolle Sachen. Ich bin richtig, richtig froh, das zu haben. Ich wollte jetzt in dieser Rolle eine Smoothie nachfüllen. Aber ein bisschen mit Wasser zusammenmischen. Weil, wie gesagt, diese Smoothies sind ein bisschen dickflüssig. Und ja, ich wollte nochmal probieren. Weil, wie gesagt, beim ersten Mal hat Rolle nicht so gut gedreht. Diese Smoothie ist schon geöffnet. Das schon steht seit gestern im Kühlschrank. Und egal, welche Smoothie ich sie gebe. Also sie macht alles. Das ist eine Smoothie mit dem Rindfleisch und viel Obst und Gemüse. Muss man jedes Mal, bevor man öffnet, sehr gut schütteln. Ihr könnt sehen, das ist wirklich sehr dickflüssig. Der Smoothie war im Kühlschrank. Deswegen, ich würde ein bisschen warmes Wasser reinmachen. Damit Ihre Smoothie nicht zu kalt wird. Jetzt ist alles drin. Ich mische das sehr gut auch nochmal zusammen. Sie weiß schon Bescheid. Ja, jetzt dreht sich wirklich sehr gut. Und ja, so eine tolle Sache. Danke Felix, danke von ganzem Herzen. So tolle Sachen, wirklich. Also wir sind total glücklich und sehr entspannt. Ja. Dann haben wir noch eine Likimac. Und das könnt ihr auch nicht nur für Hunde bestellen. Das könnt ihr auch für Katze machen. Hier ihr könnt sehen, das ist für die Hunde und für die Katze. Man könnte dieses Smoothie zum Beispiel nachfüllen. Und Hunde und Katze werden das alles ablegen. Das ist sehr gut für Zunge reinigen, für ein bisschen beruhigen, ablenken. Und für jedes Produkt, was ich euch gezeigt habe, Preis ist sowas bezahlbar. Also es ist überhaupt nicht teuer. Aber es macht viel Spaß. Natürlich nicht nur für Hunde, das ist auch für euch. Sehen wie eure Tiere glücklich ist einfach mit diesen Sachen. Dieser Gummi ist so stabil, so hoch qualitativ. Und von anderer Seite überhaupt nicht scharf. Es ist wirklich weich. Ich verteile jetzt Smoothie ein bisschen rein. Ja. Jetzt sie legt ihre Teller. Deswegen, ich denke, das wird für sie die beste Lösung. Du darfst. Naja, funktioniert super. Und bei Coco geht das wirklich sehr schnell. Also ihr werdet sehen, dass diese Likimac wird sehr schnell sauber. So, meine Coco, man muss nicht zweimal einladen. Einmal ist reicht. Wer schneller als Staubsauger ist? Natürlich meine Coco. Also, Mopsi sind schneller als Staubsauger. Ich zeige euch noch eine Sache, was ich habe auch zugeschickt bekommen. Oh, das ist so schön. Und die Farbe ist so mega. Das ist eine dieser Behälter. Ne, wie heißt das? Finde ich super praktisch. Natürlich haben wir zufahren zum Strand und hier, weil wir in der Baltik nicht so weit von der Baltik wohnen. Und deswegen ist es für uns wirklich sehr praktisch. Ach, die Farbe ist so schön. Genau. Toll für meine Prinzessin. Klasse. Und es ist so praktisch, weil es nicht so viel Platz wegnimmt. Man hat das jetzt ausgedruckt. Jetzt drücke ich wieder zurück. Und voila, wir sind fertig. Und übrigens auch dieser Plastik ist stabil und fest. Gute Qualität. Also merkt man sofort. Also meine Kleine jetzt so aufgeregt. Ich denke, wir werden jetzt nach draußen gehen. Liebe Team Smoothie Dogs, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Verwöhnung. Ganz ehrlich, es ist wirklich Verwöhnung für unsere Coco. Ja, das war Dankeschön für euch. Es hat uns wirklich Spaß gemacht und es ist so tolle, gesunde Sachen. Es ist mit meiner Coco wie mit meinem Gesicht. Ja, ich könnte nicht einfach alles annehmen. Ich nehme nur das Beste. Und mein Coco nimmt auch nur das Beste. Und deswegen vielen Dank wirklich für diese Möglichkeiten. Etwas Neues testen. Liebe Hundebesitzer, ihr könnt ganz gerne Rabattcode Nathalie ziehen. Mit dem 10% benutzen. Oder auch Hunde vielleicht etwas Neues zum Abwechseln geben. Ich bin sicher, sie wären sehr dankbar euch. Vielen Dank für Zuschauen. Ich hoffe, dass dieses Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns ganz bald. Eure Coco und Nathalie. Und ja, tschüss.